Hey, ho! Hier ist Ronja und letzte Folge Diversity haben wir endlich, endlich den Parcours-Teil geschafft. Falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt, ist sie selbstverständlich hier oben beim i eingeblendet. Und heute machen wir weiter mit der Adventure Branch. Man kann nur über bestimmte Teile laufen, oder wie? Mh, hä? Nein, du musst auch schnell sein, weil der Sand fällt. Nein! Du springst, wenn du runter tobst. Wenn man links läuft am Sand, dann fällt der auch nicht runter. Wirklich? Ja, guck doch. Also der gibt dir quasi einen Weg vor. Ey, blau, Dropper-Branch ist auch frei. So, ich hab jetzt orange, bin ich rüberge-wuscht. Flo, was machst du denn? Ihr könnt euch zu mir tipien, dann seid ihr da. Freunde in der Nacht. Tipier richtig, Ronja? Nein, ihr müsst zu mir, ihr müsst zu mir, ja. Oha, wie hast du's geschafft? Ja, ich bin über den Sand gelaufen, hab ich da gesagt. Ich glaub, das ist deine Branch. Ich glaub, das hier ist dein Element, Ronja. Meinst du? Nein. Das guckt, das sieht genau aus wie ein Labor-Map. Oh, ja, ja, stimmt. Okay, warte, jetzt müssen wir hier was suchen. Ach, das sind die Lüfter. Warte, warte, warte. Hier ist Vogelsang. Heute bleibt bei mir. Wir sind Detektiv-Profis. Tops, du kennst dich nicht aus. Ne, Tops, keine Ahnung. Tops, keine Ahnung. Dann bleib ich mal auf, Kajio. Hier ist Vogelsang. Was ist denn Vogelsang? Ach so, der heißt so. Hi, Vogelsang. Wie geht's? Okay, vielleicht willst du den Ton ein bisschen leiser machen, aber hier ist Lüfter. Oh, ja, wait. Ich glaub, das ist so ähnlich wie die Labor-Map, die wir gespielt haben. Eigentlich ist das Labor-Map. Ja, ich glaube auch. Wir brauchen den Code. Warte. Warte, das wollen wir nicht. Das ist die Lüfter. Guck, du kannst hier rechts kicken, dann geht es auf. Ja, komm mal. Hier ist ein richtiges Labor. Hier ist ein Computer. Hier, wenn man da drückt. Oh nein, jetzt wird's dunkel. Warte, ihr seid nicht eingeschlossen. Oh, hier, bei mir, bei mir, bei mir, bei mir. Jetzt müssen wir keine drei Stunden warten, bis das System rebootet. Hier, 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 hier. Räune hinter dir. Die Rede bei uns. Okay. Denkst du, hier können, sind die Generatoren im Mechanikraum, im unteren Floor, können durch den Luft-, also durch den Sauerstoffabzug, können wir runter in die Halle. Ist es das? Also, Plan ist, wir müssen in den unteren Raum, durch den Luftschacht, runter in die Halle. Da steht, da ist irgendwas abgeschlossen. Deswegen müssen wir vorher noch einen Schlüssel finden. Da steht, check your pockets. Hat irgendjemand von euch einen Schlüssel gekriegt? Wir finden die ganzen neue Sachen. Ja, ich weiß nicht, wo ihr seid, ihr Helden. Bleibt bei uns. Guck mal, nicht hier. Das ist ein Anschluss auf die Map, die wir gespielt haben. Die haben auch mitgeholfen. Ehrlich? Was machst du denn? Die Stimmung wird angesparter. So klingt, es ist auch ein Dämon in deinem Hirn wächst. Hier müssen wir rein. Okidoki. Hier ist der Sauerstoff. Wir können einfach den Knopf drücken. Passiert nichts. Tupf, wie geht das auf? Warte, hier steht außen. Exterior. Tupf, sag mir, wie das geht. Eine Ahnung. Tritt dich mal selber. Funktioniert vielleicht. Warte, hier ist der Computer. Hier ist... Habt ihr einen Schlüssel gefunden? Doch, ich hab einen Maintenance-Key-Mail-Wilber drauf. Okay, das ist gut. Den brauchen wir für später. Nee, das macht hier die Dings auf. Warte, hier ist der Head Office. Der hat's geöffnet. Ronja, komm mal. Wo sage ich denn? Ich bin permanent Neuss auf. Bei Fuß. Bei Fuß. Auch jetzt müssen wir uns nämlich aufteilen. Hier. Wir sind jetzt. Wir links. Du willst links gehen? Okay, dann geh links. Wir sind jetzt mir widersprüchliche Signale. Bleibbar. Geh weg. Bleib hier. Geh weg. Genau. Das geht, glaube ich, einmal im Kreis hier. Okay, warte, hier ist eine Abkürzung. Sie geht runter. Mach deinen Schlüssel allerdings auf. Nee, nee, nee. Oh, oh. Ja, hier ist eine Sackgasse. Lüftungsding. Oh, nein, jetzt weiß ich nicht mehr, von wo ich komme. Du hast so einen Schlüssel, ne? Ja, das geht nicht. Ich hab's gerade getestet vorhin. Sicher testet es mal mit dem hier. Und Ronja ist schon wieder weg. Weißt du, Ronja ist wie der Angewohnheit wirklich immer wegzlauft. Geht da, 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 da. Das stimmt auch gar nicht. Geht das? Nein, ich hab schon gewirrt. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich hab mich verlaufen. Geht das drin, ja. Aber die Rentierungen sind wie so ein Stock. Aber die sind Toter. Das ist halt wirklich so. Ich bin zu, dass du das noch einmal dazu gesagt hast. Ich hätte schon gedacht, ein Leben da. Ich hab, honestly, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, ob ich gerade da hinlaufe, wo ich herkomme oder in eine andere Richtung. Und jetzt werde ich gepostet. Das macht es noch schlimmer. Hier unten war ich schon. Aber hier ist offen. Nee, hier, oh. Ich kann ab dann. Achso. Dann ist deine Schuld, dass wir jetzt hier nicht weitergekommen sind, nicht meine. Ich will jetzt, dass du immer bei einem Erziehungsberechtigten bleibst, bitte. Du musstest uns aber auch mal die Tür aufmachen. Wir machen uns die Tür auf. Machen Sie die Tür auf, ich kann. Sonst kann ich nicht bei einem Erziehungsberechtigten bleiben. Okay, hier geht's weiter, oder? Erste Generator, was ist das eigentlich hier in der Mitte? Eine Rakete, oder? Äh, keine Ahnung, vielleicht ein Reaktor. Ja, das sieht aus wie so ein Space Shuttle-mäßiges Ding. Hey, gut, ihr habt die Power wieder angemacht. Das einzige Problem ist, dass die Pausenraumtür scheinbar nicht mehr funktioniert. Irgendein Idiot hat die manuelle Tür hinter mir geblockt. Also können wir immer noch nicht raus. Ihr seid die Einzigen, die hier noch rumlaufen, also. Wo seid ihr Schildwetter? Okay. Ich bin bei dir. Ich wollte, ich wollte dir zuhören, wie du es übersetzt. Wir haben nur Zugang zu grünen und blauen Türen. Okay. Geh in mein Labor. Okay, erinnere dich an FATPOD. 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 Fern, Aluminium, äh, Tulip, Poppy. Ach, das sind Blumen. Ja. Wir müssen irgendwie in den Rapport gehen. Ich weiß nicht, wo flog, wie ihr hilft. Ich war, aber du meinst hier. Hä? Ach, das ist jetzt offen, oder? Nee. Wir müssen in den Rapport. Okay, ich bleib jetzt bei dir, okay? Ich bleib jetzt, honestly, ich laufe jetzt einfach nur noch hinterher. Ich hab keine Lust. Ich glaube, aber hier ist alles zu. Okay, ich hab, okay, komm mit. Ja, ich komm hier mit. Du bist auch irgendwie so viel schneller als ich, ist mir aufgefallen. Ja, okay. Das ist hier. Ah, nee. Nee. Komm, du tust immer so, als ob du weißt, was du tust. Dann sagst du, Ronja, du musst hier bei mir bleiben. Und dann, dann stimmt's nicht mehr. Und dann ist es woanders. Da, Ronja. Ja, dann. Da, das ist der, das ist der Hallway. Und hier am Ende ist dein Labor. Mhm. Wusste ich. Ja, wir sehen es. Der Bereich, in dem ich glänze, absolut. Ja, finde ich. Ich bin ein Ass. Nice, Ronja. Ja, ich hab ein gottgegebenes Talent. Zum Glück ist ein Labor-Maps unsere Stärken. Ja, unsere Stärken. Der Vermehrraumsraum. Was? Nein, Recreation. Pausenraum. Achso, hey, Recreation heißt ja, der Brutraum oder so. Der Erholung ist, Recreation ist was. Erholung. Ja. Neuerschaffung. Jetzt bin ich hier. Wo? Komm mit, Ronja, komm. Vom Gang. Bitte. Warte, 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 ich komm. Ich seh den Arm. Mach mir die Tür. Du wirst nicht so ne Leine, okay? Haha, die Tür. Mach doch mal die Tür auf. Jetzt mach die Tür auf. Sag bitte. Bitte. Wie lange kannst du dir die Tür aufhalten? Danke. Hier ist ne Koralle. Ich ernte jetzt Weizen. Klappt nicht. Was soll ich denn hier holen? Ich ernte jetzt Weizen. Äh. Klappt nicht. Oh, ich weiß es. Wir fahren. Ne Tür, Popi, Ochi, Dandelion. Warte, ich mach mir ein Screen-Dot hier, okay? Nein. Okay. Okay, und das sind einfach das die Reihenfolge, die wir brauchen dann. Hä, Flo? Nein, du meinst, stell doch die Pflanzen richtig hin. Ja, stell die Pflanzen jetzt hier richtig rein. Achso, das meinst du. Pern, Aluminium. Aluminium. Das ist kein Aluminium. Philipp, Philipp, Popi, Ochi, Dandelion. Ochi, Dandelion. Was ist Ochi, Ochi? Ochi, der, Ochi, der. Ochi, der. Jetzt ist es offen. Hier ist ein Dings. Eine Schalkerbox. Oh, was ist in der Stuff drin? Nein, nimm so nicht mit, das ist ein Code. Echt? Oh nein. Oh nein. Nein, Tobi. Was denn? Ich bin's gewohnt, Bad Wars, PvP-Action. Drauf gehen. Ich weiß nicht mehr, ob das in der Reihenfolge war oder nicht. Es war in der Reihenfolge. Aber wahrscheinlich, ich glaube, es scheint, das Story-Programming-Manual brauchen wir. Hat er gesagt. Ich habe, oh, ich habe auch einen Mantenski. Das sehe ich gerade. Tops, du hast auch einen in deinem Inventar. Ich habe Somboteca. Echt? Ich habe einen. Okay, ich nehme jetzt einfach alles mit, okay? Oh, Mantenski. Ich nehme jetzt alles mit. Okay, und was muss ich jetzt machen? Er hat mich's geben. Oh, warte, nein, Tops hat die Hälfte mitgenommen. Tops, du kleiner Dieb. Kleiner Dieb. Ich habe Soft-Building-Material. Einen. Du waren wie vorhin. Du waren wie vorhin. Wir müssen jetzt, wo ist der Reckraum? Ja, genau. Du warst da vorhin. Ach, der Reckraum. Recreation. Ich verstehe es jetzt. Schon, dann sag ich doch die ganze Zeit schon. Ich bin am Brodeln, okay? Ich bin am Brodeln. Am Brodeln. Ich bin am Brodeln. Wie so. Kommt doch in der Reckstange. Wenn du in der Wasser kocht, dann brennt es bei ihr an. Das ist echt idiotisch. Das tut manchmal weh. So. Prototype Astrohelm II. Das ist bei mir ein Klassblock. Das ist nur alles Deko, das brauchst du nicht. Komperator. Ancient Currency. Ich gebe uns jetzt mal ein Bündnisstil. Ich gebe uns jetzt mal ein Bündnisstil. Ich gebe uns jetzt mal ein Bündnisstil. Wie seid ihr denn da jetzt reingekommen? Komm schon wieder. Du musst ganz zurückgehen. Den langen Weg. Wie denn? Wo denn? Es hilft mir nicht. Ach, Ronja. Ich mag das nicht. Warum sind wir jetzt so schnell? Ihr seid zurück. Mit dem. Hold it up to me so I can see it. Ja. Hier du Doktor. Ich bin so schnell. Was hab ich gemacht, weil der Weg ewig lang ist. Achso. Checkt ihr das jetzt? Ja, da checkt's. Halt es so. Okay, und jetzt? Danke. Bitte halt's da. Auf zu hauen damit. Auf zu hauen damit. Ach, ich glaube, du musst den Code eingeben. Ja, aber wie denn? Ich kann hier keinen Code eingeben. Er, nicht du! Guck doch, er macht's grad. Guck mal. Ja, dann halt es weiter. Du bist wie lange hier. Okay, Florian. Bleibe dort, genau dort stehen. Ich bewege mich. Und bewege dich keinen Millimeter, okay? Tops, ja. Nicht ihn schubsen. Tops, nein. So, das hier? Nein. Tops. Nein, Tops. Nein, Tops. 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 Oh, er will dich schubsen. Er schlägt. Punching in 4, 8. Ja, ich glaube, er tippt die Nummer rein. 2, 4, 8, 15. 16, 21. Ein Turcan, äh, Bein. Ich bin ein Hardcore Gamer, nur damit wir es alle wissen. Guck mal, unsere Boys, Gano. Oh nein, damit habe ich Probleme. Wo ist er hin? Wo ist Dr. Zombo? Was? Dr. Zombo. Was möchtest du mir sagen? Ich lasse meine Labortür offen für euch. Danke. Und jetzt? Und jetzt? Danke, vielen Dank. Ich bin nicht sicher, was passiert ist. Mr. Gagarin, sollen wir checken? Oh, der Aufzug geht jetzt. Oh nein, ich bin schon in Lüftungsschacht. Der Aufzug geht doch jetzt. Ist doch Quatsch, den Lüftungsschacht zu gehen. Komm runter. Das hat er davon, wenn er so vorherig wegrennt. Dieser Lowbob, der hat ja nicht schon da. Nice! Bei Gargamin ist jetzt offen. Wie schnell bist du eigentlich? Wieso ist dieser Aufzug so langsam? Ich habe so viele Fragen. Ich habe keine Ahnung mehr aufzugreifen. Hör doch mal auf, wenn man vorzurennt hat. Hey, ich bin doch bei dir. Ich bin Flo, sorry. Ich bin bei Gargamin. Jetzt ist immer... Ich bin... Am Brodeln. Komm jetzt. Ja, wohin? Tops nach. Tops nach muss gehen. Tops ist weg. Warte, ich weiß wie es macht. Ich bin wieder allein. Wieso passiert das immer? Oh. Wir wurden promotet, befördert. Jetzt können wir durch orange Türen gehen. Jetzt können wir durch zur Kommunikationsstation, die offline ist. Oh. Wir müssen... Wir müssen eigentlich pinke Portal wieder finden. Suit up, sagt er. Wir müssen uns anziehen. Das war drüben, oder? Oh. Das geht nicht. Wir können übernziehen. Honja, ey. Gefühlt wirklich. Unsere hier sind zu dritt. Aber nicht stark genug einfach. Oh. Alter. Wie schaffst du das? Oh. Das liegt. Ich weiß es nicht. Ich freu mich jetzt auf. Alter, ich mach einfach jedes Mal so, weißt du? Hör mich zu bocken. Bitte auf. Ey, guck, guck. Wir müssen jetzt hier. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Dass du nicht mehr verläufst. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Das ist toxic. Bin ich toxic? Ich will dir nur helfen, damit du die ganze Zeit bei Flo bleibst. Ich bleib doch bei Flo. Ich versuch's doch weg. Wir müssen die Gasbox. Hör auf! Oh nein. Oh, was passiert mit mir? Oh lol. Du hast den Anzug an. Ich würde auch den Anzug anziehen. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Ziemlich cool, ha? Ist nicht so, als ob wir's schon hundertmal gesehen haben. Hey! Sehen wir jetzt auch cool aus? Ja. Okay. Ich folg dir, Flo. Ich vertraue deinem Zielführungsorientierten Sinn. Ja, ich nicht. Ich könnte jetzt hier speedrunnen. Ohne Mist. Ich glaub, wenn ich das alleine spielen würde, ja? Das wären hundert Folgen. Minimum. Ach lol. Guck mal. Fakas sagt, macht nichts Dummes so was wie sterben. Ja, das ist egal. Ich kann nicht lesen. Er sagt, nicht sterben, das wäre nicht gut. Ach, wir sind in der Welt rum. Wir sind am Mond. Okay, wir sind auf dem Mond. Und... Okay, es ist wichtig, dass wir, was er sagt, es ist wichtig, dass wir den links Anzug anhaben. Sonst öffnet sich die Airlocktür nicht. Aber wir haben den Anzug an. Oh nein, ich hab den Anzug ausgezogen. Tops. Ich hab dich nur... Hör auf. Hör auf. Ich... Hi. Ich bin bei Flo. Komm mal, wir gehen jetzt in das kleine Labor da unten, ja? Ich geb uns mal Speed. Hör auf mich zu porten! Ich hab dich nicht geportet, Mädchen. Ich hab dich Speed gegeben. Blöde Kuh, sei doch wenigstens mal dankbar, dass ich's gehe. Au! Ich hab dir nicht geholfen kriegen. Ich kann das schon alleine. Ich bin schon groß. Nein, bist du nicht. Äh, doch. Nein. Tops, hier. Er hat eine jährliche Dusche. Warte, warte, kommen wir von hier nicht? Nein, kommen wir nicht. Und ja! Hier ist das Raumschiff. Jetzt können wir endlich zurück nach Hause. Können wir wirklich? Ja, oder? Ich weiß nicht, ob du mich anlügst. Ich hab kein Vertrauen mehr in dich. Oh, das ist schön. Warum? Wenn du mal wegrennst. Dann bin ich immer allein. Dann werd ich dich porten und bist du rein. Hier müssen wir ran. Dann hörst du rum. Ja, es klappt nicht. Oh ne, alles wird gut, okay? Nein, es wird niemals alles gut werden. Du musst hier hochgehen? Ja, ich versuch's. Und dann? Ich bin zwanzig. Ja. Und ja, dreizehn, ja. Meine Stimme klingt nur so, als wäre ich keine Ahnung wie alt. Und jetzt im Stimmbruch. Ja. Okay. Was machen wir hier? Das fragen wir uns alle. Was machen wir hier? Warum sind wir überhaupt hier? Fragen über Fragen. Warum sind wir hier? Was ist unser Lebensziel? Mit welchem Zweck wurden wir auf diese Erde geschickt? Warum Gramaura? Wir sind nicht mal auf der Erde. Warte mal. Okay, auf diesen Planeten. Tops, haben wir extra zugenommen. Raub, damit du eine Ahnung hast. Ja, ist echt so, Tops. Das hätten wir überhaupt zu zweit gespielt. Ganz ehrlich. Okay. Ich kann da wieder gehen. Ja, geh halt. Nee, Tops, ich will nicht, dass du gehst. Ich will, dass du mir sagst, was ich tun soll. Okay, Tops. Ich will jetzt Roblox. Kann das sein, dass wir zu einer anderen Station müssen? Nee, nee, nee. Ich hab eben einen Knopf gedruckt. Hier ist aber nichts. Ist nichts passiert? Ja. Wir gehen jetzt einfach. Ich bin jetzt auf beiden Space Shuttle. 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 Soll ich sporten? Oh ja, danke. Das ist die hier oben am Berg ist. Ich glaub, hier ist es. Wie nett von dir. Wirst du hier die Treppe hochgelaufen, dann müssen wir hier runter. Runter. Okay. Communication. Ja, das ist das Richtige. Okay. Guck, ich hab immer recht. Kommunikation. Das stimmt nicht. Ich bin jetzt. Ronja, nein. Ah. Nein. Okay, Spaß. Weiter geht's. Wo sind wir jetzt? Ihr seid in der Luftschleuse. Ich bin nicht in der Luftschleuse. Danke. Guck, hier ist Shawn Mendes. Cool. Hi Mendes. hier ist nicht Jan, hier ist Jan und Turm, Jan und Turm und Ramon, hallo Ramon und Herr Ramatzevsky Herr Ramatzevsky, ok wir gehen jetzt hier weiter Sie haben, ok, Ivanov fragt, wir sind jetzt offensichtlich mit dem Research Team Oh nein, wir müssen immer Rätsel machen Danke, alle Rätsel, sind wir Rätseler? Warte, jemand von der Main Mails? Ok, warte Ok, wir müssen das wieder online kriegen, ok, sagt er und das ist das Rätsel So, das war's mit dieser Folge Diversity, wenn die Folge euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar und falls ihr neulich seid, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet Macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao!